Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von diesem Strahl. Und ja, wir legen das los. Willkommen zur Folge von dem Rutsch. Ich gehört habe Wartumjöl. Wie viel muss ich denn davon jetzt verteilen? Ich arbeite. Ich arbeite. Ich arbeite. Und hab zu... Oh, ich habe hier einen Problem im Stab. Kann ich? Oh, mit der bin ich schon gut. Also, in dem Sinne gut, dass ich die schon beeindruckt habe, sozusagen. Ne, 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 wobei die ehelt sind. Ah, nein! Juhu! Im Sandspiel. Ich will nicht im Sandspiel. Ah, ich habe ein paar Bratschen. Ah, schön! Ach, warum sehen die immer alle so, so... ...busig aus? Wer erstellt die? Hallo? Ah, du? Wieso sind wir da nicht verteilen die? Ja, hast du's? Ja, mein Outfit ist sehr sexy. Komm, was ist das? Oh, das ist das? Oh, wir holen die. Weiß宝errat sind? Okay, ich gehe mal hier heim. Oh nein, wir sind drin. Oh nein, wir sind drin drin. Äh, was darf ich grüßen? Das Outfit ist schon irgendwie cool, außer dass diese hässliche Stöhne... Fähigkeiten sprechen, was kann ich nur gut. Straßenkunst, wir können einfach mal Straßenkunst. Fähigkeiten sprechen. Too lazy. Ich tue mich mal jetzt einfach mit dem Namen schmücken. Warum nicht? Oh, das ist natürlich auch 50. Oh, voll der Loop. Okay, danke. Ich bin ja froh, dass wir sprechen über unsere Reichtum von 10.000.000. Wie ich kann nicht sprechen, was kann ich nicht? Oh, das kommt wieder. Ich kann jetzt einfach mal Klavier spielen. Dann, ich spiele immer noch Film, Dings. Oh, das kommt ja richtig gut bei der an. Du Scheiße, du das München zu sein. Scheiße, ich muss zugeben. Es ist mir irgendwie beeindruckt, wir sollten mehr Zeit mit innen geben. Es tut mir leid, wenn du es nicht beeindruckt zu erzählen hast, bin ich nicht an dir interessiert. Ja, das ist mir sehr gut. Ja, das ist mir sehr gut. Haben wir die jetzt schon nochmal auf Kamen gebeten? Die Baby? Ach so, ich vermute... Ah, ich mach halt immer über Stunden. Kann ich denn nicht die Flugblätter geben? Kann ich jetzt an die nicht die Flugblätter verteilen? Ich werde hier noch wahnsinnig. Flugblätter weg, an den Himmel, Bromitrat, einlernen... An einlernen! So, komm, wir tun mal jetzt hier unten... Äh... Flugblätter verteilen einfach mal. Danach tue ich dann noch bis hin. Bist du jetzt... Ach stimmt, du sollst doch hier ins... 3 Stunden tanzen. Hä? War das vorhin noch angezeigt, wie du das machen sollst? Nein... Wassermann, wie ist denn der? Glaub ich war es, ne? Ne, bin ich ja schon. Äh... 3 Stunden getanzt. Ist ja einfach 3 Stunden tanzen, sondern irgendwo, irgendwo, irgendwo... Ach ja! Gehen wir mal einen Wassermann bewiesen. Kommen, wir tun jetzt... Äh... Starf ist übrigens beeindruckend. Mit Fähigkeiten sprechen. Seine Netzwerke... äh... Kochen... Äh... Tätigkeiten sprechen, füllen... Mit Namensschmücken... Reichtum sprechen, also mit Wohlschuld. Mal gucken, wie sie hier ankommen. Äh... Bist du fertig? Bist du auch schon zuhause? Ähm... Ich weiß nicht, wie zum Mittag hast du morgen frei? Nein, wir müssen morgen weiter arbeiten. Gott... What the hell! Wunderschöne Skyline! Äh... Wir gehen mal lieber schlafen. Oh, Moment... Oh, ja... Ach ne, ich bin nicht ganz weg... Ah, oh... Dem, dem, dem! So... Meine gute Mille... So... Ich bin mal kaum... Ich bin mal überall... Dann essen wir noch ein bisschen was... Und dann sind wir schon... Die schlafen, die sie sind... Ich will mal gucken... Oh, jetzt salz ich mal nicht... Hm, die würde sagen, typisch für uns... Oh, oh... Hexe! Wie weit ist es bei denen? Ich glaube, ich... Wechsel immer ein bisschen... Zwischen... Ja, peinlich... Und okay... Total peinlich... Okay... Ein Starler wird aufsteigen... Ey, wir fehlen da jetzt nicht noch ein Stück, oder? Aber bist du blöd, weißt du was? So, jetzt geh nach Hause... So, jetzt gucken wir mal hier... Was denn jetzt hier los ist... Oh... 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 Der hat sich dann aber in Schale... Winkwo-Fan! Hallo! Ich glaube, mein 70-Spiel mag ich heute nicht so... Hallo! Ich will auf einer Ebene sein... Was, 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 was... Sind wir jetzt durch? Hallo! 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 Wir sind einfach reingekommen! Wir sind einfach reingekommen! Was ist denn das jetzt hier für eine Verarsche? Ja... Ich will wissen, ob ich auch vor dem Helm von uns reinkomme... Also oben... Oder ob ich hier nicht reinkomme... Wen haben wir denn hier an der Bar? Ja, hallo, Schnicke-Bardame! Was ich ein bisschen unfair finde, dass hier kein Stuh doch gleich da vorne dreht... Wenn wir doch eher beim Putzen der Gläser so schön in den Ausschnitt stehen... Ja... Lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich rein! Oh Gott, wir haben heute voll den... voll den Wasch! Oh, ist das geil! Hallo! Essen bestellen! Finde ich super! Können wir die Frauen nicht so ein bisschen anquatschen? So... Wir gehen doch irgendwo auch tanzen, oder? Äh, so! So... Ist erstmal was? Wo schläfst? Wo ist was? Wo schläfst? Wo schläfst? Oh, das ist sozial, das geht ja so extrem runter! Das geht jetzt hier mit dem Geist! Aha! Das muss aber trotzdem die Uhrzeit ziehen! So... Gut... Ich würde sagen ziehen damit sie... Kann ich mich hier drauf tanzen? Ah... Ich kann doch meines Erachtens... Ja, tanzen! Yay! Und ich weiß nicht, ob das irgendwie Content bedienst ist... Deswegen die ist ein Stück weiter weg... Und ich bin... Reicht die denn auch irgendwie? So... Na, ich will mal gucken... Ähm... Check and then do... Check and then meet... Das auch! So, na dann tanzen wir mal schön durch! 3 Stunden tanzen! So, das steht die ganze... Geht euch den da mal an! Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen näher... Lauter und sonst was reden! Hier, einfach nur da steht! Huhuhu! 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 Oh, geil! So! Wie wär's denn, wenn du dich schlafen legst? Meine Süße? Meine... Schöne Frau! Meine Schöne Frau! Äh... Schlafen? Ich geh schlafen! Egal! So! Ich hab... Du tanzt noch... Fleißig? Nee! Nein! Nein! Du tanzt jetzt so weiter! Ist mir scheißegal! Nee! Das finde ich jetzt immer von 9 an! Nein! Guck! Dun 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 dun! 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 Komm! Du hast es nicht geschafft! Dance! 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 Aber heute war echt Schicht im Schacht. Also dagegen hab ich aber gar nicht. Ich hab dafür wirklich Geld bekommen! Oh Gott! Dass ich mich 3 Stunden gestellt habe und getanzt habe! Äh... Er hat sie eben in den IP-Bereich geschafft! Ähm... Ich hab jetzt nur Ruhe gelesen! Wui! Äh... Äh... Du hast... Äh... Du hast auf der Bühne so unglaublich heiß ausgesehen! Haro! Die Club-Leitung sieht das genauso! Ihre... Einnahmen... Äh... Schalt! Ich hab nur was zu essen gestellt! Okay! Weil Verdienste verdienen wir doch! Das ist da ab und äh... 1.000 Wiener und... Und... Äh... Ja... Einlassen! Mal sehen... So... Okay... Mal noch das Geld. Schließen wir! Schütt! Ähm... Ja... Wunderschön! Äh... Hallo! Zuneigung, Hauk raulen, Reichen! Umarmen! Oh! nicht umarmen wollte ich mal Dreckelchen geben und so weiter Ich hab so wenig Platz hier Ähm, ja, ich weiß es jetzt nicht, ob ich mir jetzt echt mal bisschen Zeit nehmen und was umbaue Ich hab's aber schon 11.000 Das zum Beispiel, wenn ich jetzt schon mal diese Wandel kratzen Ich zuerst echt nervig finde also, dass wir das hier so zu sagen offen machen Blablabla Blablabla Na auf damit Du bist da So, wie sieht denn die Zeit aus? Besser schon Beutelich besser Äh, ne du tust jetzt kein Kraftstellen So, danach kannst du ein bisschen kauen So, du tust dann die Kinder auffüllen Danach bis nicht schlafen So, gut Noch ein junger schöner Abend Tag, was auch immer So, wie sieht es aus? So, das ist auch mal ein bisschen spannend wieder So, das ist schön So, das ist ein bisschen viel zu ganz Äh, wir tun einfach mal hier noch ein bisschen Kontakt aufbauen Mit anderen Leuten Ach, vieles Kiezen So, oh tschüss, hab dir die Umarmung gesehen? Oh, du bist wach! Gut, damit hat mich jetzt nicht so schnell gerechnet Ähm Okay, ich würde mal jetzt was zu essen machen Oder was zu essen mit Kilder Teaser Äh, dann gehst du mal noch, äh, Schnell am Duschen Warten Duschen, Warten Und dann gehst du mal noch bisschen Fernsehen Und ich würd sagen, das war es auch erstmal wieder für eine Sims-Folge Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Wiesens drauf Bis dahin Tschüss!